Wir alle wollen die Berge, Seen und Wälder genießen. Wir alle können auch etwas für sie tun, damit unsere Natur so schön bleibt, wie sie ist. Nehmt bitte euren Abfall wieder mit. Eigentlich ist durch die Selbstverständlichkeit, dass man seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt. Vor allen Dingen ist man ein Vorbild für die Kinder.